Warum sind wir der beste Chorleufplatz? Weil wir total gut sind. Weil es aber noch so lange gibt und weil wir geile Lieder singen. Weil wir überall da und wir singen. Einfach die beste Stimmung. Weil wir super gut sind. Weil alle Gruppen sind bei uns angetreten und trotzdem sind wir ein einziger wunderschöner Einklang. Wunderbare Musik, gute Stimmung, tolle Leute. Weil wir Spaß haben. Die beste Chorleiterin, das ist doch klar. Da brauche ich doch nichts dazu sagen. Das weiß doch jeder. Das weiß doch ganz Deutschland.